Musik Hallo und herzlich willkommen liebe Omzi-Freunde zurück auf der Map-Botrop in der Version 2.5 Heute möchte ich mit euch die Linie NE18 vom ZB-Berliner Platz nach Est-Delitzstraße fahren. Gefahren wird der MAN Line City DTF. Ich wünsche euch viel Vergnügen. So, dann wollen wir mal gucken. Das sieht ja mal wieder ziemlich leer aus hier auf dem Busbahnhof. Aber was soll man machen, ne? Ist halt in der Nacht. Da ist ja nicht viel los. Da vorne steht zwar jemand, aber der hat nichts mit uns zu tun. Hm, naja gut. Wir können auch mal die Tür kurz aufmachen. Vielleicht kommt ja doch noch jemand. Was aber nicht dann auch aussieht. Nö. Na gut. Machen wir es trotzdem mal auf dem Weg. Nächste Haltestelle am Lamperfeld. Äh, nein. Wir fahren jetzt nicht zum Lamperfeld. Sind wir jetzt vor Gag-Eiern. Das ist halt OMSI, ne? Das macht alles nur nicht das, was das eigentlich soll. Aber das kennen wir ja von OMSI nicht anders. Päh, was Neues. Nächste Haltestelle, Bottrop Pferdemarkt. Ach ja, so ist das halt. Genau. So ansonsten. So ansonsten. Auszubereiten. So ansonsten. So ansonsten. So ansonsten wir es. So called. So ansonsten. So ansonsten. And pessoas. Ja, Bottrop liegt friedlich in der Nacht. Wer hätte das gedacht? Guten Tag. Ja, und weiter geht's. Nächste Haltestelle am Lamperfeld. Jetzt ist richtig. Einmal rechts abbiegen, bitte. Soll man dann da wieder rumkommen? Lieber Herr Kevin. Ja. So. Kann auch Matthias gewesen sein. Man weiß es jetzt nicht genau, wer das Ding dahin gehört hat. Hier war da einer von beiden. Nächste Haltestelle, Gustav-Rohm-Straße. Sollte Haltestelle. Sollte Haltestelle. Bitteschön. 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 Nein, keine Leichen, die mitfahren wollen. Entschuldigung, aber das musste jetzt sein. Nächste alte Stelle, Eichendorffstraße. Die Eichendorffstraße, na gut. Die Eichendorffstraße, die Eichendorffstraße, die Eichendorffstraße und die Eichendorffstraße. Nächste Haltestelle, Lindhorststraße. Hallo. Hallöchen. Und wir haben ein Haltesignal für die nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle, Hermann-Löhns-Straße. Die Hermann-Löhns-Straße. Die Hermann-Löhns-Straße. Das war's für heute. Türen zu und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Hölderlinstraße. Ach, hier leider keiner, der mitfahren möchte. Also, weiter geht's. Boah, ist nicht gerade wie los heute. Oh, der Linie. Nächste Haltestelle, Ab 2, Kranjil. So, und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Bischof Sondern. Nach Bischof Sondern. Ab in die tiefste Nacht. Wer hätt's gedacht? Mal ein bisschen Gas geben. Sowieso schon spät dran. Ist doch gut da hinten. Oh, ich darf ja. So, war das jetzt. Nächste Haltestelle, Forsthaus Specht. Und schon haben wir ein bisschen Verspätung wieder eingeholt. Also, oh, aber wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller Paare ewig hab. Und schon haben wir ein bisschen Verspätung wieder eingeholt. Und schon haben wir ein bisschen Verspätung wieder eingeholt. Und schon haben wir ein bisschen Verspätung. 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 Und schon haben wir ein bisschen Verspätung.